Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer und der Tänzer Thomas Seitel sollen ein Kind erwarten. Die Fans sind begeistert und gleichzeitig von einer tiefen Spannung ergriffen, denn die Geschichte birgt mehr als nur das glückliche Ereignis einer Schwangerschaft. Helene Fischer und Thomas Seitel kennen sich seit Jahren. Ihre berufliche Zusammenarbeit, die in einem der atemberaubendsten Akrobatiknummern während Helene Fischers Tournee gipfelte, wurde schnell zu einer tiefen, emotionalen Verbindung. Ihre Beziehung wurde 2018 offiziell und seitdem sind sie das Traumpaar der deutschen Musikszene. Doch die letzten Monate waren nicht einfach. Immer wieder gab es Gerüchte über Spannungen und Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Trotz allem präsentierten sie sich in der Öffentlichkeit stets als unzertrennlich. Ein gemeinsamer Urlaub in der Toskana schien alle Zweifel zu zerstreuen. Die Fotos zeigten ein glückliches Paar, Hand in Hand durch die idyllische Landschaft spazierend. Mitten in dieser vermeintlichen Idylle kommt nun die überraschend Nachricht. Helene Fischer ist schwanger. Die ersten Anzeichen waren für die Fans kaum zu übersehen. Die kleine Rundung unter ihren glitzernden Bühnenoutfits und das strahlende Lächeln, das sie in den letzten Wochen auf ihren Konzerten zeigte, ließen keine Zweifel offen. Doch hinter den Kulissen brodelte es. Die Nachricht von der Schwangerschaft wurde zunächst freudig aufgenommen, doch dann stellte sich eine bedeutende Frage, wer ist der Vater? Helene und Thomas hatten eine schwierige Phase hinter sich, und es gab Gerüchte über eine vorübergehende Trennung. Eines Abends, während eines romantischen Dinners in einem exklusiven Restaurant in München, schien alles perfekt. Helene und Thomas lachten, tauschten verliebte Blicke aus und schienen wieder die Nähe gefunden zu haben, die sie einst so stark verbunden hatte. Die Paparazzi erwischten sie in innigen Momenten, die von einer neuen Vertrautheit zeugten. Doch dann kam es zum Wendepunkt. Inmitten eines vertrauten Gesprächs legte Helene plötzlich ihre Hand auf ihren Bauch und sah Thomas tief in die Augen. Ich bin schwanger, Thomas, sagte sie leise. Die Überraschung und Freude in seinen Augen waren unbeschreiblich. Doch dann fügte sie hinzu, aber es gibt etwas, das du wissen musst. Ich bin mir nicht sicher, ob du der Vater bist. Der Schock war spürbar. Die Stille, die dem Geständnis folgte, war überwältigend. Thomas, zunächst sprachlos, ergriff schließlich, Helenes Hand. Wir werden das gemeinsam durchstehen, sagte er entschlossen. Was auch immer passiert, wir werden dieses Kind zusammen großziehen. Die nächsten Wochen waren voller Spannung und Erwartung. Die Medien spekulierten, die Fans waren in Aufruhr und das Paar zog sich in die Privatsphäre zurück, um die Dinge zu klären. Schließlich kam der Tag der Wahrheit. Ein Helene und Thomas warteten nervös auf die Ergebnisse, die schließlich eine unerwartete Wendung nahmen. Der Test ergab, dass Thomas tatsächlich der Vater des ungeborenen Kindes war. Die Erleichterung und Freude waren unermesslich. Diese überraschend Wendung hat die Beziehung zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel nur noch stärker gemacht. Die beiden freuen sich jetzt auf die Geburt ihres Kindes und die gemeinsame Zukunft. Die Fans sind begeistert und erwarten gespannt die nächsten Kapitel in der Liebesgeschichte dieses Traumpaares. Mit dieser unerwarteten Nachricht haben Helene Fischer und Thomas Seitel einmal mehr bewiesen, dass ihre Liebe allen Widrigkeiten trotzt. Die Vorfreude auf das kommende Baby hat ihnen eine neue Stärke verliehen, und die Fans können es kaum erwarten, die nächste Etappe ihrer gemeinsamen Reise mitzuerleben.